Raymond, du bist es doch, oder? Ha, die BSAA. Bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Ich liebe diese Zwischensequenzen. Auch die Zwischendialoge zwischen Jill und Parker oder den anderen Charakteren. Da verzichte ich auch gerne mal auf meine Moderation. Obwohl es schlimm ist, wenn ich dich moderieren kann. Ich moderiere gerne. Ja, das habe ich kapiert, dass das nicht funktioniert. Dann musste ich mir nicht zweimal sagen. Pistolenmunition. Jut! Och nö, ich will mein MG wieder. Das war so schön. Könnte ich mich prima verteidigen. Jetzt muss ich wieder hier Einzelschuss leisten. Und jetzt habe ich wieder diese Russelfiecher hier. Ekelhaften Russelfiecher. Meeresgestalten. Tag! Noch Nachschluss bedarf das nicht. Ich habe nur noch 8 von 10 Steuerrad abgebildet. So. Dann bräuchten wir mal einen Schlüssel mit einem Steuerrad drauf. Wie es aussieht. Jo. Ein Steuerradschlüssel. Ja, genau. Den haben wir gesucht. Der war ja großartig versteckt. Moment. Ist hier noch was drin. Ist bestimmt nicht nur ein Raum mit einfach nur einem Steuerradschlüssel drin. Jetzt bestimmt auch noch mehr. Jo. Zum Beispiel diese Pistolenmunition. Ein Tresor. Jo. Und ein Kartenleser. Eine Karte müssten wir auch irgendwo hier mal finden. Und da blinkt noch etwas. Ein Atem. Schrotgewehrmunition. Dafür bräuchte ich erstmal ein Schrotgewehr. Solange es aber kein Schrottgewehr ist. Nehme ich gerne ein Schrottgewehr. Steuerradschlüsse verwendet. Hervorragend. Können wir nochmal zurücklaufen und die ganzen Sachen öffnen. Die wir bisher noch nicht öffnen konnten. Gibt es hier auf dem gesamten Schiff. Irgendwelche. Steuerrat. Türen haben wir ja schon öfters gesehen. Verworfene Nachricht. Oh Gott. Bitte hilf mir. Das darf nicht wahr sein. Lass mich nicht in dieser Hölle sterben. Ich bin hier gefangen. Hier gibt es Monster. Echte Monster. Die Leute hier sind tot oder liegen im Sterben. Es gibt keinen Überlebenden. Verdammt. Das hier ist das Ende. Sehr motivierender Tagebucheintrag. Soll ich nicht wohl aufbauen. Karte. OB in Räume aufgenommen. Durch das Berühren der Menüschaltfläche gelangt man ins Untermenü. Gegenstände Munition. Wichtige Gegenstände. Das haben wir doch schon mal gelesen. Aha. Hier hätten wir grünes Kraut. Hier hätten wir Handgranate. Viel mehr ist da auch nicht. Oh. Ein Lageplan. Munition. Schlüssel. Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. So. Wappen aufgenommen. Oh. Das brauchen wir auf jeden Fall. Da gab es doch mal sowas. Vor einigen Parts. Geschichte der Queen Zenobia. Toon. Toonage. Ich kann kein Englisch. 148.000 Bruttoregistertonnen. Tonnage oder keine Ahnung. Verdrängung. 90.000 Tonnen Länge. 335,8 Meter Breite. 52,3 Meter Höhe. 93,97 Meter. Antrieb. Elektrischer Dieselantrieb. Besatzung. 1094 Offiziere und Mannschaft. Passagiere. 2200. Das Flaggschiff der Paraguas-Linie wurde 1978 gebaut. Das Innenleben wurde Schiffen aus der 1939er Jahre nachempfunden. Dem goldenen Zeitalter der Kreuzfahrtschiffe. Das Design basiert auf Entwürfen der Kriege George Trevor, wird das vermutlich ausgesprochen, vor seinem Verschwinden hinterließ. Zeitungen aus der Zeit, als das Schiff gebaut wurde, berichten von den Aufzeichnungen, die das Design hielt. Das Schiff ist nach Zenobia benannt, die Königin des Reiches Palmyra, die vom Römischen Reich enteignet wurde. Die namensgebende Schönheit der Legende wird auch das Schiff die Perle des Atlantiks genannt. Und ist bis heute eines der populärsten Kreuzfahrtschiffe, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Als Flugreisen die Popularität langer Seereisen verkümmern ließen. Ich würde sagen verkümmern. Aber verkümmern heißt es wirklich. Schienen in den 80ern die Queen Zenobia, wie auch ihr Schwesterschiff, reif für die Abwrack werft. Zum Glück wurde sie von der Paraguas-Linie erworben. Ihre Dampfturbinen wurden durch ein elektrisches Dieselantriebssystem ersetzt. Laderaum und Kabinenbereich wurden vergrößert. Das Schiff wurde mit neuster Technologie ausgestattet. Die Queen Zenobia wurde wiedergeboren als voll funktionstüchtiger Luxus-Liner. Nach der Restauration brachte die Queen Zenobia auf eine Weltreise. Im Anschluss umschweifte sie Südamerika und erlebte viele weitere Fahrten. In Zukunft wird das Starthafen für ihre Afrika-Fahrten im Mittelmeer liegen. Die Queen Zenobia wird für viele Jahre ihre Passagieren viele Freunde bereiten. Die Geschichte der Queen Zenobia Ausgabe 1995. Ja, oder wird es halt nicht tun, wenn sie von Zombies und anderen Umgestellten belebt wird. Und der lebt bestimmt auch noch. Hm, lecker. Madern. Muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Ja. Schauen wir ihn uns noch mal an. Schauen wir ihn noch. Kein Zombie. Der bewegt sich nicht. Ich könnte wetten, dass das ein Zombie ist. Schieß auf seinen Kopf. Ne, ich will ja keine Leichenschänderung machen. Also lass mal lieber nicht drauf schießen. So bin ich ja nicht. Ich hätte ja zur Sicherheit mal drauf geschossen, dass das Ding uns nicht angreift. Aber, ihr seht ja selbst, den Quiechen schon aus jedem Loch Madern. Der kann ja gar nicht mehr leben. Nicht mehr als Zombie mehr. Oder doch. Kann ein Zombie mit Madern noch leben. Irgendwohin gelangt man in den Kommunikationsraum. Ist das der Kommunikationsraum? Sieht nicht wie eine aus. Nur, aber hier ist noch so eine Baufalle. Noch eine Baufalle. Können wir werfen mit X. Mit R und X. Mit R und X. Rix. So. Hier entlang. Ja, das funktioniert nicht. Aber da müssen wir scheinbar lang. Ja. Hab ich mitgekriegt. Und wieder dort zurück. Weiß nicht. Vielleicht. Den haben wir doch gerade gehen lassen. Kommen wir hier dran. Nö. 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 Da kann ich das Schiff leiten. Nur wieder zurück. Hier waren wir doch alle schon mal. Tja. Gehen wir noch mal zurück. Dann grüßen wir noch mal die Monster. Schuss daneben. Perfekt. Hab es ja schonmal gesagt. Schüsse daneben sind immer. Ultimativ. Über Sie sind Evil. Das sollte man immer machen. Ohren sind. Nicht daneben schießen. Wie es sich gehört. Ding. Ja, der funktioniert. Aber der andere Aufzug dort hinten funktioniert nicht. Das willst du mir nicht in Ernst erzählen. Ich geh mal zu den oberen Kabinen. Und ich geh mal später zu den unteren. Oh. Back nicht so rum. Jo. Speichervorgang. Das scheint richtig zu sein. Und was hier. Achso. Da hab ich mal ein kleines Türchen gesehen. Das können wir glaube ich jetzt öffnen. Und wenn ich nicht komplett falsch liege. Da können wir jetzt durch. Da konnten wir vorher ja auch nicht durch. Der Schrank. Der ist zu. Ja. Nun. Was haben wir hier. Wozu haben wir hier den Schlüssel gebraucht. Schon. Nix los hier. Müssen wir wohl die Tune nehmen. Die wir auch so hätten gehen können. Nicht hier so. Hier waren wir schon. Jo. Alles bekannt. Wir sind aber bereits durchgelatscht. Finden wir so die Türen. Die wir noch nicht geöffnet haben. Achtung Monster. Da steht auch einer. Von diesen Willis. Schieß doch nicht daneben. Parker. Vergeude nicht deinen Sinn. Hast du mich grad angeschossen? Ach ne. Das ist der Willi hier. Deshalb schießt der also. Tja. Sonst werde ich ja von beiden Seiten angegriffen. Vielen Dank auch. Ja. Auch wieder Munitionsfahrer. Und der will da durch die Tür. Kommst du nicht durch oder? Oh. Das finde ich gruselig. Packte der da durch die Tür. Ja. Die kriegen wir auch noch. Zack. Zack. Ins Knie. So. Hier ist eine Einbahnstraße. Genau genommen ist das eine Sackgasse. Eine Einbahnstraße hieß, wir dürften nicht wieder zurück. Das wäre bei einer Sackgasse ganz schön dämlich. Eine Sackgasse und eine Einbahnstraße auf einmal. Das wäre ganz schön eine nicht so gute Anlage in der Regel. So. Jetzt sind wir hier. Achso. Ja nochmal heilen. Schadet nicht. So. Irgendwo war doch hier dieser Münzteller wo wir was reinlegen mussten. Irgendwo war da was. Oh. Hallo. Guten Tag. Was willst du? Tja. Mich essen willst du? Tja. Das kriegst du nicht. Achso. Hast du einen Freund mitgebracht. Warum sagst du das nicht? Drehst du mir nicht, dass du mit Freunden da bist. Musst du mir noch nicht verheimlichen. So. Ein Tellerraum. Ah. Dein Papa. Der sieht immer ganz schön komisch aus. Das ist wohl eher der Onkel. Die Jens Familie hier unterwegs. Und da kommen wir nicht rein. Da brauchen wir einen Anker Schlüssel. Oha. Para. Nicht so plötzlich. Ich dachte du wärst ein. Du wärst einer von diesen Willis. Oha. Du siehst gefährlich aus. Komm mir nicht näher. Komm mir nicht zu nah. Komm mir nicht zu nah. Du bist aber leicht besiegbar. Etwas zu leicht vielleicht. Oha. Da kommen wir durch. Oha. Gut gesichert. Sehr gut gesichert. Warum. Was wohl dahinter sein mag. Ja und nu. Und dreht sich's weiter. Oha. Ein neuer Korridor. Das nenne ich ein Kreuzfahrtschiff. Man fühlt sich wie in Europa. Wie bei der Titanic. Wo ist denn dieser Notfallkommunikationsraum? Oh. Hier haben wir wieder eine Sicherungstruhe. Können wir wieder was ablegen. Aber ich glaub mein Inventar ist leer genug. Ich kam grad damit zurecht. Bin grad so zurecht gekommen. Ich muss noch nichts ablegen. War gut. Zu wissen. Wo es hier lang geht. Das Gitter ist verschlossen. Auf ihm ist ein Rettungsring abgebildet. Okay. Das können wir später freischalten. Und was hat er? Stimmt da steht was. Vor dem Notfallkommunikationsraum hinterlassene Notiz. An der Tür klebt eine Nachricht. Das ist der Notfallkommunikationsraum. Ohne meine Erlaubnis und ohne meine Schlüssel kommt hier niemand rein. Wenn sie hier hinein wollen, finden sie mich wie gewöhnlich auf dem Promenadendeck. Ihr Kommunikationsoffizier. Darunter ist eine handgeschriebene Bemerkung. So ein Müll. Das Schiff wimmelt vor Freaks und Monstern. Ich gehe zur Promenade. Da finde ich wenig Essen. Wer noch am Leben ist, kann mich dort antarfen. Ihr wisst, wo ich mich finden könnt. So leicht trete ich nicht ab. Verlasst euch darauf. Hoffentlich bin ich nicht der Einzige, der überlebt hat. Ihr freundlicher Kommunikationsoffizier. Das Promenadendeck ist neben der Halle. Gehen wir. Wir sollten den Schlüssel finden können, den wir brauchen. Auf geht's. Ich würde mal sagen, finden wir den Überlebenden. Ich befürchte allerdings, dass er nicht überlebt hat. Dass der schon tot ist. Der wird es nicht lange geschafft haben. Es ist ziemlich geräumig hier. Hier können viele untot rumlaufen. Funktioniert nicht. War mir fast klar. So, aber wie komme ich zu diesem Raum? Ziemlich luxuriös hier. Schübsch aber. Es lohnt sich auch nichts rum hier. Es müsste trotzdem irgendwie zu diesem Räumchen kommen. Wird alles durch solche geheimnisvollen Türchen geöffnet. Und dreht sich das so eine halbe Stunde lang. gut verriegelt. Okay. Ist das der Raum, wo wir hin sollten? frage ich mich gerade auch sollten wir da runter gehen und näher rangehen ich denke nein sieht etwas modrig aus irgendwas bedeckt das Becken stimmt das ist ein Schwimmingpool alter Schwede schnell weg daran will ich nicht bahnen die Tür ist verriegelt natürlich ist die Tür verriegelt das sind ja hier eine weise nicht evil aber ich kann es natürlich auch freischrauben hier zack 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 und und zack oha wie ist denn dieses Rätselslösung irgendwelche Dreiecke im ersten haben wir ein Dreieck gebildet kriegen wir auch das hier hin dass alle verbunden sind so sieht es aus ist aber scheinbar das falsche jetzt ist da noch ein Feld frei zack so ist es richtig darf ich es mal kurz zeigen nö darf ich nicht wollte gerade runter auf den Bildschirm aber müsst ihr halt selbst lösen das Rätsel ist doch nicht so knifflig bummern vielleicht ein bisschen enger aber hier kann man die Reinigung des Beckens initiieren äh ja eigentlich nicht aber machen wir es und los geht's da ist bestimmt irgendein riesiges Monster und wie mit dem wir uns jetzt anlegen Spezialzubehör ich hab nicht wirklich Munition oder fünf Schuss hab ich na wenn das mal wenn das mal nicht gefährlich wird das Finden wird eine Weile dauern hätte ich wissen müssen ich komme später wieder ok soll ich dann hier schon mal warten ich würde da nicht runter baden gehen ja da gehe ich bestimmt nicht rein das ist eine kluge Entscheidung ok dann gehe ich mal irgendwo anders hin und das Ding mal untersuchen da ist Munition drin Schaden tut es nicht und eine Heilpflanze wundervoll ein grünes Kraut kann ich hier brauchen so gehen wir mal lang raus hier das dreht sich wie eine halbe Stunde hier führte so gehen wir mal derweil woanders hin und kommen später mal zurück so und wo geht es hier noch lang gehen wir mal wieder runter rauf und runter immer weiter immer kunter bunter auf der Regenmogenleiter weiter 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 immer weiter ich gehe in die Mitte hoffe ich komme bald weiter ok hier wollen wir noch nicht das ist auch nicht der funktioniert der wäre ja zu bunt wäre mir hier alles zu bunt wenn der jetzt plötzlich funktionieren würde das wäre ja der Wahnsinn hier kommen wir durch wunderschön dann kommen wir weiter im Game na dreh dich dreh dich Rädchen wohl heute ein bisschen entspannterer Part wir schrauen den Rädchen beim drehen zu zack oha da ändert sich das Outfit und die Gegend sehr schnell Pistolenmunition das Tor ist zu nun wer labert doch dort ist das dieser Überlebende von dem gesprochen wurde also ich bin es nicht ein Gewehr M401 und die dazugehörige Munition ja und wer sagt denn da Mayday und we w Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018